Wie viele sind draußen? Oh fuck! Es ist kaputt! Oh! Shit! Holy shit! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Modestus Play 500 der Sandys Nacht 3 sind wir jetzt und wir fangen gleich an Natürlich nehme ich das wieder gleich Ich nehme es jetzt schon das dritte mal auf Die dritte Nacht, ich spiele jetzt schon hintereinander mit den ersten Parten, die ihr gerade gesehen habt Nun sind wir wieder fleißig bei und hoffen, dass dieses Bild nichts zu bedeuten hat Wir hören uns wieder das Gespräch an das war letztes Mal wirklich sehr sinnvoll Donkey Kong ist schon wieder draußen Ja, er hat ein bisschen einem von den animatronischen während des Schiffes Ich meine, du würdest das nicht, würdest du? Keine Chance! Moment, was war das? Was ist ein Teletubbie? Oh shit! Oh shit! Moment, was war das? Was ist ein Teletubbie? Wer ist das? Wo ist das? We try two our best Yung, let's in taube Wo ist das Teletubbie? Wow shit! Oh shit! Oh shit! Das Vieh, das macht mich gerade so schiss. Ich muss auch bei mir aufpassen. Oh, die Katze. Alles in Ordnung. Wer ist da? Donkey Kong ist draußen. Holy shit! Wie viele sind draußen? Oh, fuck. Es ist kaputt! Oh, shit! Holy shit! Okay, die Nacht 3 ist wieder der Horror. Es sind vier... Ne, es sind fünf Monster. Die zwei Katzen. Holy shit. Leute, es waren zwei Katzen. Es war dieser eine neue Robotervieh hinten. Es war Donkey Kong. Und es war diese komische, seltsame, plüschweiche Vieh. Holy shit! Leute, die Nacht 3 ist schon wieder richtig scheiße. Doch, wir probieren es natürlich. Wie organisiert wir sind nochmal. Ich weiß es nicht mehr. Hör auf mir zuzulabern. Was den... Ich glaube, den gibt es gar... Ich glaube, das hier ist der, der du es ist. One. New message. Donkey Kong ist da. Oh, fuck. Die Katzen sind hier. Oh, fuck. Scheiße, man. Die Katzen sind hier jetzt. You're already, like, practically as good as the last guard we had. Except, of course, you know. Jetzt müssen wir auf den Jagen. In the end. But, yeah. He, uh, he kind of damaged one another. I mean, you wouldn't do that. Would you? No way. I guess he went a little crazy, you know, being alone in the dark each night. Uh, you know that character that the kids can draw on, you know, uh, blank, I think. Uh, yeah, I always really liked that one. It's a brilliant concept. Uh, yeah, his suit is made out of some special plastic stuff, I think, that the kids can come in and, you know, like, grab left hand and the back of his head are still missing. Uh, but, but the kids don't really seem to mind it, you know, so it's not a major issue. Da, it's everyone's penguin. Uh, yeah. From what we can tell, uh, his head got a real beating, so he might act a little, uh, strange. Um, like, he sometimes tried to get into the office through the window. He even managed to crack the glass slightly once. Uh, yeah, the worst. So he doesn't break the glass. He bewegt dich. Those old ones couldn't really see glass very well. Oh, fuck, that's going on! Um, by the way, we're expecting more customers over the course of the next days. Holy shit! So next week, we may need you on the day shift too, if you're up for it. Um, well, anyway, have a good night. Fucking hell, dude. Holy shit, how do you think that we're going to do this? I'm not going to do this again again. Holy... Oh, is that your truth? Get up! Next fish. Hey, hey, hey. Da ist der Penguin. Da ist Donkey Kong. Er ist immer noch in dem Raum. Holy shit. Da ist sie. Alles klar, der ist wieder da. Dann kann ich die Tür wieder öffnen. Ähm. Penguin, bleib da. Ähm, Donkey Kong ist wieder drin. Der Typ ist draußen. Holy shit, der ist in zwei. Oh, holy shit, sie sind beide da. Alter, der sieht abgefuckt aus. Und der erst, der sieht aus wie Foxy in blau. Holy shit. Oh, Donkey Kong ist draußen. Ah, der Penguin ist auf Klo. Dieser Sack, ihr, der geht... Oh, wir sind fucking am Arsch. Holy shit. Wir sind tot. Er hat das Glas eingeschlagen. Holy shit, was hat... Hat er meine Kamera getötet? Ich kann nichts mehr sehen. Aber das Spiel läuft nur, oder? Oder ist gerade mein Spiel... Äh, hängt sich das gerade auf? Äh, mein Spiel hängt sich auf. Ich glaube, mein Spiel... Äh, breakt gerade. Hallo? Mein Spiel breakt. Muss das so? Ich glaube, mein Spiel ist tot. Okay. Dieses Ding hat mein Spiel umgebracht. Holy shit. Okay, das gehört auch noch dazu. Fuck the shit. Bro, der hat meine Kamera umgebracht. Oder das Fenster, keine Ahnung. Holy shit. Einmal noch. Dreimal fehlen ist erlaubt, Puppert. Leute, diese Viecher. Ihr habt so gesagt, ich schaff's nicht... Ich schaff's nicht weiter als nach drei. Ich brauch die... Ich brauche nur noch die Demos spielen. Hier hat er auch noch drei. Und das reicht mir vollkommen. Ich schaff's eh nicht weiter. Dieses Vieh. Der Penguin ist von gelaufen, der Sack. Der Penguin ist auch draußen, alles klar. Muss die hier auch im Augeballen, der Scheiß-Pinguin darf sie nicht zusammenbauen. Und der nicht. Und wo ist dieser Foxy verarsche? Also, wir wissen nun, dass dieser... Dass der Sack hier Leute zusammenschlägt. Ähm... Die Katzen machen nicht viel. Donkey Kong fällt... Oh, da ist Foxy. Du Arsch. Du brauchst den nicht zusammen. Bitte, bitte, bitte. Ich kann damit nicht umgehen. Donkey Kong. Du Arsch. Ah, er wird schon wieder bei mir. Hallo und schau's. Aufwiederschauen. Diesmal hat's nicht funktioniert. Ah, Donkey Kong. Ey, ich hab mich verschanzt. Das kann ich nicht ewig so machen. Okay, die Seite ist gut. Okay, wir sind alle wieder gut. Der hat sich wieder aufgehängt. Donkey Kong ist zurück. Wo ist der Pink? Moment mal, ist der Pinky noch da? Der hat sich wieder aufgehängt. Alles klar. Ähm, der ist wieder da. Die Frau ist da. Oh, und shit. Der ist wieder da. Ich schließe mal sicherheitshalber die Tür. Bobo. Du kommst dir nicht rein. Du kommst dir nicht rein. Oh, fuck this shit. Ah. Da ist er. Oh, shit. Okay, wir müssen unbedingt das hier schließen. Haha, Sackgesicht. Okay, die Seite können wir auch wieder schließen. Ach, die ist schon offen. Okay, der hat sich wieder aufgehängt. Er ist immer noch da. Alles klar. Alles klar. Ähm, der ist da. Der, die ist da. Was bist du für einer? Die Katze ist wieder auf 9 Uhr. Verstanden? Die geht zum Klo. Die Katze ist mal so schnell. Die war gerade bei meiner... Ach, die Tür ist wieder offen. Ist sie da? Da ist die andere. Oh, er bewegt sich wieder. Tschüss. Ja, der Sack ist wieder auf. Alles klar. So weit, so gut. Du bist draußen. Lass das Teil mal zu. Oh, die Katze kommt gleich wieder. Der ist noch da. Der ist wieder zurück. Alles klar. Der Penguin ist ausgeschaltet. Und die ist da. Okay, die Katze müsste gleich bei mir sein. Die ist da vorne. Ähm, okay. Donkey Kong ist wieder weg. Ja. Gut, alles in Ordnung. Und das ist um 4. Scheiße, unser Strom reicht wahrscheinlich nicht dafür. Oh, fuck. Der steht anscheinend nur, der ist dieser, ähm, große Brüne. Dann ist ja alles in Ordnung. Ah, die Katze ist schon wieder da. Das gefällt mir schon wieder nicht. Hä? Der Penguin. Nein! Die scheiße Explan. Scheiße, der fucking Strom reicht nicht aus. Er ist wieder wach. Er bewegt sich auch. Bewegen sich alle fucking schnell. Oh, fuck. Wo kam der her? Holy shit. Okay. Oh, fuck, man. Wir waren schon bis um 4. Oh, shit. Ich sag ja, nach 3 tut's mir immer an. Ich versag schon wieder immer weiter. Ich bin so schlecht. Ähm, eventuell schaff ich's ja mit deiner Hilfe, Kai. Ich versuch's vielleicht, 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 ich versuch's nochmal, aber nicht heute, mehr, nehm, da doch mal doch wiedersehen. Und jetzt ist es raus. Piiiis Leute, und viel Spaß noch bei meinen anderen Videos. Empfehlt mich, synchronisiert mich, äh, subscribed, abonniert mich, zeigt mir euren Freunden. Ich wär euch wirklich dankbar, dass wir die Sporten reingehauen, Leute. Ich wär euch wirklich dankbar, dass wir die Sporten reingehauen.